Iris Günniger, Expertin für Achtsamkeit Du möchtest erfolgreich und glücklich sein? Ich begleite Unternehmer und Führungskräfte darin, das Leben zu leben, was sie wirklich aus dem Innern ihres Herzens wollen. Kennst du das auch? Du weißt nicht mehr, wofür du es tust, was du tust, der fehlt der tiefere Sinn. Du fragst dich, wo die Jahre geblieben sind und ob das alles gewesen sein soll? Du wünschst dir mehr Zeit für dich selbst und die wichtigen Dinge im Leben? Vor allem, als zu genießen, mehr Lebensqualität? Du hast das Gefühl, nur noch zu funktionieren, nicht mehr du selbst zu sein und möchtest das ab sofort ändern? Dann ist es Zeit zu mehr bewusstem Leben. Mehr Leben in deine Tage zu bringen. Dich selbst in den Mittelpunkt deines Lebens zu bringen, zu stellen, anzufangen, deinem Leben zu vertrauen, nicht alles auf den eigenen Schultern tragen zu wollen. Es ist Zeit, dass du herausfindest, was dir wirklich wichtig ist, aus dem Herzen heraus und nicht aus dem Verstand. Vielleicht ist es Zeit, einmal deine Big Five for Life zu entdecken. Das, was wirklich in deinem Leben zählt. Und deine Einzigartigkeit zu erkennen und diese zu leben. Denn jeder Mensch hat etwas Einzigartiges, was ihn besonders ausmacht. Und das gilt es zu entdecken. Höre auf, deinem Verstand zu folgen. Denn unser Verstand steckt vor Prägelungen der Kindheit, Konditionierung, selbstgesteckte Grenzen, Glaubenssätze, Hindernisse, die uns blockieren. Und es wäre so wichtig, dass du in deine volle Größe gelangst. Du kannst viel, viel mehr, als du denkst. Und das trifft jeden von uns. Jeder von uns kann in seine wahre Größe gelangen, sein wahres Potenzial entdecken. Und ich bin mir sicher, dass du in der Kindheit es gespürt hast und in deinem tieferen Innern, dein tieferes Wissen, auf jeden Fall ganz klar weißt, was es ist. Ich helfe dir, dich wieder zu erinnern. An das anzuknüpfen, was du als Baby bereits warst, als Kleinkind. Du hast alles schon in dir gehabt. Es ist dir nur verlogen gegangen. Halte einmal inne, horche in dich hinein. Vielleicht gab es einen Kindheitswunsch, den du immer erfüllen wolltest. Du hattest wahrscheinlich einen Traum, den du aber nicht lebst. Ich möchte dich wieder auf deinen Weg zurück begleiten, der dich glücklich, innerlich zufrieden und erfolgreich macht. Und zwar von innen heraus. Und dazu ist es wichtig, dass du dich selbst wichtig nimmst. Und dich selbst in den Mittelpunkt stellst. In dir hinein heust. Raus findest, was du wirklich von innen deines Herzens hüllst. Und deinen Weg dann konsequent gehst. Und auf diesem Weg möchte ich dich als Coach gerne begleiten. Ich habe mir vorgenommen, dass ich 5 Millionen Menschen in meinem Leben erreichen werde. Durch mein Buch, meinen Podcast, durch die Angebote, die ich mache. Alles, was ich präsent bin, auf Vorträgen, was auch immer. 5 Millionen habe ich mir zu Ziel gesetzt, um auch etwas dazu beizutragen, die Gesellschaft ein Stück weit zu verändern. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du ein Teil meines Lebens dabei bist. Ein Teil auf meinem Weg. Ich würde mich sehr darüber freuen. Such also nicht zum Hörer zu greifen. Ruf mich an, vereinbare ein Gespräch mit mir. Und wir schauen, ob ich dir als Coach dabei helfen kann. Und was vielleicht gerade dran ist bei dir. Alles Liebe auf deinem Weg. Ansonsten deine Iris. Ansonsten deine Iris.